warte mal jetzt kann ich doch die axt benutzen um dich umzubringen und dich umzubringen sehr schön bei dem da weiß ich nicht ganz gut ich denke nicht dass die axt stark genau was um die daumen zu bringen mit zwei schlägen okay wir müssen zweimal nach links und da weiter ein raum mit nur einer vase und irgendwie sind hier ganz schön viele von diesen feuerdingern wollte ich nein das war zu schnell es ist sehr wichtig lebenspunkte zu erhöhen steht da ja anscheinend schon so dann gucken wir mit dem x das jetzt funktioniert es ist gar nicht ich sondern das ist pfeil links wir haben archmage wir haben ein barbaren der nur lesbisch ist und ein assassin der schwul ist aber ich mag barbaren lieber also sie das heißt ich werde dieses reroll gar nicht benutzen so bestätigen so 5206 wir hätten gerne was genau hühnchen bringen mehr mehr rüstung also weniger schaden downstrike lich die kommen werden so genug zu tun ich nehme dich und ich nehme noch mal dich und krieg chance erhöhen so sechs goldmünzen was doch schön wie 585 lebenspunkte ich glaube ich tausche mir das cape aus ich hätte gern das cape genau und wir haben mich hier genau dieses goldbonus dingens ne wollen wir nicht gibt es nicht goldbonus dingens 8 weniger schaden 24 weniger rüstung ne komm zweimal blut muss reichen stopp start x also bei gay steht sonst nichts mehr vampire 7 hp für jeden kill das ist schon mal sehr schön ja ok zack reiner so also mit dem char müssten wir jetzt richtig gut was reißen können das heißt wir werden es wieder so machen wie mit den richtigen helden halt wir gehen sofort in den turm und dann wenn wir nicht so gut klar kommen gehen wir in das erste gebiet und danach das zweite gebiet heißt wir sollten hier eigentlich gar nichts töten wenn es nicht halt notwendig ist ein schaden nehmen das ist vorbei das ist ein ganz schön garstiger raum so weg weg äh äh na gut jetzt müssen ein zwei sterben um die lebenspunkte wieder rein zu holen krieg keinen schaden ich sehe ein muster ich soll wohl keinen schaden nehmen nein und eigentlich wollte ich ja nach oben falsche taste eigentlich wollte ich ja nach oben weil ich dachte der turm wäre oben aber da ist gar kein turm also hier wohl irgendwo da ist doch bestimmt ein dumm was zwischen nö klick klick so lebenspunkte sind noch nicht voll ok so jetzt aber gleich hier oben muss doch irgendwo der turm sein hier vielleicht wow was hast du für an komisch er hat richtig viele gnochen geschmissen zing wow ouch und retaliation was ich absolut nicht mag aber gut gotter catch em all oder wie rum das heißt wir wollen alles haben für die sammlung und zum geiler ist der turm hier könnte es sein lebenspunkte sind fast voll und ja naja sehr schön also konzentration und wir laufen raus äh konzentration wollte ich sagen schön schritt für schritt den raum erst mal angucken und danach was machen auch wenn wir bisher ziemlich einfach fahren ziemlich gegnerlos so können wir es ruhig weitergehen so kaputt ha überall diese feuergeschichten aber dann gut hier wäre es gemein wenn sie einen anders machen würden als die anderen also den rhythmus ändern äh das ist genauso gemein diese räume au hallo komischer typ es funktioniert ja das ist lustig ja wie kleine freuden des lebens so zack wow 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 ah 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 hoch verdammt so und weg äh der ist ein problem wir müssen nämlich auf ihn zulaufen und dann kommen Stacheln aus dem Boden und wir werden nicht über ihn rüber springen können oh wir haben ein Barbar warte mal genau wow so irgendeinen Vorteil muss es doch haben Barbar zu sein ha also abgesehen davon dass wir tierische Schaden machen tierische Lebenspunkte haben und überhaupt alle Gegner besiegen das wird nichts und kaputt 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 und kaputt kaputt so lebenspunkte sehen richtig gut aus gold ist tierisch mau aber hey was soll's schon sieht es besser aus so so Gegner ein Hühnchen können wir noch vertragen dich auch wir sollten eigentlich kein Risiko eingehen also ja wir wollen dem Schrift Vorgänger von uns voraus sein oh Feuer hmmm ok Ponce de Leon the sentinel ok oh oh du bist garstig oh denn das Meer kritisch sehr schön ja ich hab noch keine richtig gute Phase gefunden wo ich ihn ordentlich treffen kann momentan überleben wir ja nur weil wir tierische viele Lebenspunkte haben und nicht weil ich weiß wie ich mich bewegen muss nach dem anstürmen ganz kurz bewegt er sich nicht das ist schon mal ein Vorteil aber das war's dann auch oh 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 komm her du Ponce Ponce da bist du oh oh komm Ponce mich an oh nicht so nah ja ja aber doch langsam ist das was komm stürm 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 wow 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 Power Quark wow 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 aaaah das ist die Musik wow 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 das kein 대박rio wow Sow make sure So, hier ist eine Guterstelle. Oh. Nein, 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 nein. Ein Treffer noch und wir sind so Geschichte. Nicht anstürmen. Oh. Oh, ein Treffer noch. Nein. Das war echt schade. Es hätte richtig gut was werden können. Und das beim ersten Anlauf. Also ohne, dass man ihn kennt quasi. Aber ich sage ja, Barbaren sind echt toll. So, Bolt und kein peripherer Blick. Was auch immer das genau macht, das weiß ich noch nicht. Ich wechsle mal durch. Also mit welcher Taste? File links oder X meinte der eigentlich? File-Taste links. To re-roll your children. Ja. Ist nicht. Nein. Nein. Hm. Ich habe gerade alle Tasten ausprobiert. Macht da gar nichts. Select. Ah. Select ist das. Okay. Ein Riesen-Assassine. Eine Spelunke und eine Assassine. Ja, nee. Spelunke dann halt. Machen wir wieder ein bisschen Geld. Also der wird jetzt garantiert nicht den Gegner umbringen. Den Endgegner. 1900. Dann erhöhe doch bitte mal. Lebenspunkte. Wusch, 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 wusch. Wusch. Bitteschön. Aber der Kampf war richtig cool. Also mit diesem Shop, wie auch immer. Mit dem Feuerball. War ganz schön garstig. Obwohl er selber ja wenig gemacht hat. Aber halt die Flammen auf dem Boden. Und die Stacheln, die da rumgeflogen sind. Und was weiß ich. Das ist schon übel. Oh. Ja, und du machst die lustigen Smileys. Was? Oh. Du bist ein Dummwas. Was sagt die Karte eigentlich? Die Karte sagt, da oben sind zwei Kisten. Oh. Irgendwo anders hier oben sind zwei Kisten. Oh. Hier sind zwei Kisten. Und eine Metall beschlagene Kiste. Ach. Vielleicht daneben ist noch mehr. Und Maya. Für einen Miner nicht unbedingt so die beste Umgebung. Aber gucken wir mal. Au. So. Oh. 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 Komm hier runter, du duber Borg. Au. Au. So. Kaputt. Kaputt. Komm schon. So. So. So.